so hallo und herzlich willkommen zurück zu snowtopia die demo ja in der nächsten folge waren wir ja hier stehen geblieben an dieser seilbahn hier dann bauen wir hier hinten und in dieser folge wollten wir hier hinten auch eine bauen wir sagen das tun wir jetzt auch mal ich weiß auch gar nicht ob das auch sein muss ich glaube schon ich tue es einfach mal auch wenn es nicht gefordert wird aber ich habe noch mal eine bessere idee alter ich vergib das jedes mal nein Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja guck mal hier hier müssen aber auch mal welche hin oh da sind die ersten ja schon 10 neue Skifahrer los komm auf gehts nur noch 10 9 10 10 so jetzt sind sie schon wieder ein bisschen besser zufrieden das sieht auch schon mal gut aus 6 bleiben auch alle hier wenn man gespannt wie lange diese demo geht nur noch sieben stück das dauert wohl noch ein bisschen das dauert wohl erstmal noch ein bisschen guck mal wie geil die aussehen nicht westlich langsam stellen sie sich hier auch alle an hier ist aber noch keiner rum angekommen kommen fünf stück noch das wird doch noch irgendwie hinzukriegen sein scheinbar wird das nicht hinzukriegen sein so geht gar nichts mehr los kommen vier stück noch vier stück noch so der thumbnail langsam geht es doch hier zwei stück noch so einer noch einer noch ein freiwilligen helfer habe ich dazu bekommen wollte mich verarschen wo ist jetzt meine jetzt habe ich die piste wieder verloren wo ist denn die kurze wo ist die lange her da kommen die ersten die bremsen gleich schon ab so geil die machen den schneeflug die machen den schneeflug wird soll nicht so schnell werden schon 37 kriegen wir beim spielern einen neuen freiwilligen helfer ich finde das ein bisschen komisch dass man hier kein geld verdienen muss so 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 ja dann gucken was wir dann noch so machen müssen hier hinten ist noch ein gebiet ein schönes gerades gebiet tja 56 prozent 0 das passt schon wieder einer frei was ist werkstatt machen wir mal das hier bis traupe ist schon mal da bis traupe ist schon mal da bis traupe ist schon mal da Ja, in dem Spiel kann man ja leider nicht so viel machen. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es rauskommt. Ob man dann hier ein bisschen was mehr machen kann. Das Ziel ist ja wie gesagt nur die Demo. So, vielleicht könnten wir dann nochmal gucken, was es hier so gibt. Kann man die Häuser umbenennen? Wie gesagt, so kann man hier jetzt nicht viel machen. Schon wieder einer frei. So, das finde ich ein bisschen komisch gemacht hier. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen billig gemacht, muss ich sagen. Ich würde das hätten so ein bisschen besser machen können. So. Juppie. 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 So. Spaß muss auch mal sein. Schade, ich würde gerne mal mitfahren. Aber ich glaube, da wird nichts. So, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss, of course, see you. Das war's.